Hallo liebe Stadionfreunde und herzlich willkommen zu MNES TV. Der TSV Havelse empfängt heute die zweite Mannschaft von Holstein Kiel. Und Havelse hat die ersten vier Spiele gewonnen, sie sind aktuell Spitzenreiter. Und ich bin gespannt, ob sie heute diese Serie fortführen werden. Da kommt der große Jens Jansen. Hallo, wie geht's dir? Gut und dir? Ich auch, dankeschön. Schön, dass ihr da bist. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh! Nein, 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 nein! Hey, hey, hey! Ja, ja, ja! Ja, da bin ich wieder. In der ersten Halbzeit konnte ich jetzt nicht so viel reden, weil es ist nicht viel passiert. Havelse hatte drei, vier gute Chancen. Holstein Kiel hat versucht tapfer zu kämpfen. Ich hoffe nur, dass das in der zweiten Halbzeit spannender wird. Und ja, ich bin gespannt, ob Havelse heute im fünften Spiel seinen fünften Sieg holen wird. Es bleibt spannend. Und da kommen die Spieler wieder raus. Wie gesagt, ich hoffe, dass die zweite Halbzeit wesentlich spannender wird und wir einige Tore sehen. Das war nochmal ein sehr, sehr gefährlicher Schuss. Er steht hier weiter, 0 zu 0. Oh, ich dachte schon. Ja, wir warten weiterhin auf das erste Tor hier. Oh, ich dachte schon. Und die nächste Chance, also wir sind hier mittlerweile in der 63. Spielminute, es steht hier weiterhin 0 zu 0 und das Tor will einfach nicht kommen. Wir sind in den letzten fünf Minuten, es sieht nicht so aus, dass hier noch was passieren wird. Oh! Das war vielleicht die Chance des Spiels, Eckball für Havelse. Ja! Mein Gott, Alter! Ja! 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 Ich glaub's nicht. In der allerletzten Minute macht hier der TSV Havelse hier das 1 zu 0. Wird die Serie weitergehen? Ist das der fünfte Sieg im fünften Spiel? Wir werden es ein paar Minuten sehen. Ja, mittlerweile ist es hier auch schon dunkel geworden. Havelse gewinnt in der letzten Minute mit 1 zu 0. Und damit sind sie weiterhin Spitzenreiter. Fünf Spiele, fünf Siege. Aber an dieser Stelle muss ich sagen, Holstein Kiel sehr, sehr tapfer gekämpft. Auf jeden Fall Respekt an die Leistung, was sie heute an den Tag gelegt haben. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch der Vlog gefallen hat. Wenn ja, dann gebt doch ein Like und macht die Kommentarbox hier voll. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.